Achtung, kauft euch SSDs! Achtung, kauft euch! Achtung, kauft euch! MGL, ach Gott! Achtung, kauft euch! 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 Achtung! 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 Achtung, kauft euch! Achtung! 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 Das muss noch irgendwo herum was sein. Und wieso kommt der nicht bei uns auf den Server? Boah, mit unserem Spieler. Ge-gegenüber ist er da. Gegenüber ist er da. Oh, der ist da oben. Calltrippe kommen die. Schlimmer wie bei mir kann es nicht sein. Ich hab den Platz gemacht. Also wenn es bis zum nächsten Spot gibt. Oh. Oh, je. Entere Treppe. Ja, ey. Ich kann ihm jetzt um, ja. Alter, werf Ammo. Hey, jetzt wird er gemastert. Ey, jetzt läuft der weg. Wo kommt denn da jetzt? Selbst getötet mit einer Blendenkanade, das muss man mal zusammenbringen Kommt mal bitte, Delta Squad Ja, hört sofort Die Heimgang sind drei drin Delta Squad Steintreppe unten stehen, vier, die eigentlich alle ums Eck lugern Und ich kack's mal ab Bin ich jetzt gottlos? Ja, da, check Irgendwer muss raus aus dem Squad Ich mach gleich Ich sag, ich wollte die aufheben Nur nur dann mein Stats raus Classic, kommst du? Ja, ich bin drin Ah, er ist drin Doch klar Ah, ich bin tot an der Fahne Kommt gleich rüber Ich bin tot an der Fahne Jetzt kommt Ich bin tot an der Fahne Danke Oh lol, Lift Jetzt bin ich schon wieder tot Ah, legst du ihm Lift? Nee Lift Ah, sprichst wieder Munition Sorry, für mich gibt's nur Leben Eingang Ja Au, au Au, au Die Heimgang, versuch LOL Vor der Rolltreppe Hinter der Rolltreppe Hinter der ja Geh mal zur Hinterung Aufstehen Loli Jetzt krieg ich's ständig von hinten rein Aufstehen Aufstehen Vorderen Rolltreppe Fuck Marco, revive R-2-1 R-2-1 Lasset, revive ? Ja. Danke. Zwei sind an der rechten Folterkopf. Shit. Noch zwei hinterm Lift. Einer. Wir kommen schnell. Zwei. Ja. Jawoll. Zwecken um Headshots. Oh ja. Jetzt kommt. Der Leiter hat erwischt. Zwei im Locker. Ja. Krieg ich okay weg? Ey, das bist du nicht. Ah, Liv. Einer. Okay, fahrt wieder runter. Hallo. Halt. 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 Am Licht ist immer nix. Ja, einer ist wieder runtergefahren im Lift. Nein, Lift! Einen hab ich. Da glaub ich noch einer. Ja, er ist weg. Ja, der ist aber auch dauernd. Gang. Null Treppe. Au, au, au. Einer läuft zu A. Wir können links runter pushen. Da ist noch einer. 2. Ich hol dich mal gut. Ah, Aufzug, Aufzug, Aufzug. Revive, bitte. Warte. Angemerk genommen. Da ist noch eines bei A. Ah, was brauch ich für die Munition? Lücken, ja Muni. 2 bei A. Milition. Ah, da hinten. Revive kommt. Danke. Und du musst sicher noch... Unsere Rolltrenner will ja noch hoch. Ah, da ist noch einer. Unsere Rolltrenner. Ah, Revive gets another, sorry. Egal. Lol, der ist weggeflogen. Oh, ich schmeiß doch mal. Munition nicht, du guckst. Danke. WTF. Ah, Granatenwerfer. Schitz, Granate... Noch eine. Abokette, irgendwie. Naja, nicht zu viel. Außer, Medi ist hinter dir... Ja, da ist es. Das ist nur aber freundlich halt. Ein Locker sind drei, an der Treppe sind noch zwei. Ja, das sind auf der anderen Seite schon durch. Geheizt. Zwei im Lockdown. Da steht noch welche. Sauber. Steintreppe habe ich einen. Ja, Locker sauber. Rolltreppe, vordere. Steintreppe kommen wieder zwei. Steintreppe. Gaaah. Gut. Ah, von hinten. Scheiße. Und ein Cola-Automat. Kommt jetzt hintere Rolltreppe. Ach, der hat blutet. Kommt hoch. Ah, fuck ich hab noch Munition mehr. Ich sehe nichts. Er läuft durch zum TT-Shotter. Hast du einen Reaver nicht bekommen? Ah. Irgendwie hat es nicht funktioniert, ne. Ist irgendwer von euch noch Munition eingesteckt? Ich glaube im Locker liegt bloß. Geheimgang. 80. Geheimgang 2. Ich sehe überhaupt nichts. Ne, ich auch nicht. Einfach rein und raus. Was? Wer es kommt? Noch 2. Anno. Anna ist gerade unten reingegangen. Ha, ich bin noch mit einem Anschuss. Sehr schön. Da brauchen wir noch einen. Uah, kack Rauch ey. Jetzt brauche ich wieder Munition. Jawoll. Oh, das ist ein Schuss. Ah, ein Schuss. Unlocker sind's durch. Jetzt kommt. Okay, ich hab Locker. Irgendwo... So ein Hammer überall. Mit der Blut in die andere, ey dann... Hintere Rolltreppe. Ey, die sind im Ticketstall da. Malgo, klatsch einmal um. Dann nehme ich die Waffe von dem. Ja, früher wäre. Dass ist fertig. Ahhh, das sind ja zwei. Links beim Bankomaten liegt einer. Ahh, da ist eine Waffe. Ja, mit Andersруг. Boah, das ist ein Bruder. Oua! Cool. Jetzt geht's aber rund hier. Oh ja, jetzt fliegt alles. Wir sind mit der Panne, helst du dir! Wir sind mit der Panne, helst du dir! Wir sind mit der Pupp! Wir laufen rechts raus. Oh, das ist wegen Lachen. Wir laufen rechts raus. Äh, äh, äh. Boah. Lauf, lauf, lauf! Boah, danke. Scheiße. Ich bin raus Richtung Wien, oder? Was geht hier? M320. Nein! Boah. Oh, mein. Airburst und M320. Ja. Komm jetzt! Nee, Apotheke ist... Sie ist clean aus. Abnarroten! Du musst du gerne in den Staunen! Wie mehr! 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 Das ist. Ich bin im Leut...! Wie mehr! Wie mehr! Und wieder! Boah, dieser Nebel. Was? Nein. Hier ist ja gar keine Wand mehr. Ach ja, eine QSZ-Pistole, hey. Boah, ein 3.20. Maaann, hey. Hey, die stehen da und pushen nicht rein. Ich hab grad von innen aufgelandet, da. Ja. Jawoll. Hey. Ticketschalter spawnen und drei Leute drin. Was können wir jetzt rein? Boah. 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 Pfff. 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 Außer Rächer und... Ja, war der Falsche. Ah, oh, was? Wo... Ja, genau. Alter, komm! BELOS BELOS Untertitelung. BR 2018